Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Infovideo für meinen Kanal, also meinen Kanal betreffend. Und zwar werde ich jetzt, äh, ne, man hat's vielleicht schon gemerkt, mein neues Headset und neues, äh, ja, ja, neues, leckfreies Video. Habe ich schon hochgeladen, sieht man vielleicht auch ganz schön und macht Spaß und so weiter. Und, äh, was ich noch sagen wollte, es gibt ja, also es ist jetzt ein bisschen strukturierter bei mir, wie ich das hochlade. Und zwar, so sieht man hier rechts im Bild, Let's Play Minecraft und Let's Play Minecraft Adventure Map kommt jeden zweiten Tag, also immer abwechselnd. Und, äh, ja, also das ist einfach so wie eh und je, ist doch ganz lustig. So, dann gibt's auch noch die Let's Test, das ist ein bisschen was Neues, das ist, äh, ja, da werde ich mal so Flash Games spielen oder irgendwelche Browser Games oder Free-to-Play-Spiele oder, ich weiß nicht, sowas wie Age of Empire. Also Empire Earth, Starcraft, was weiß ich, irgendwie sowas in die Richtung. Und das wird jeden Samstag kommen, aber es wird auch noch dazu kommen, Moment, das kann ich ja mal kurz zeigen, mein Upload-Plan. Das wird auch noch jede zweite Woche Dienstag kommen, wie man das hier sieht, ne, hier so rechts, hier so, hier drüben. Und, äh, oh, jetzt hab ich das ein bisschen verschoben. Und, äh, ja, das kommt eben halt jede, äh, zweite Woche immer auch noch Dienstag dazu. So, und dann gibt's auch noch die Let's Talk, gab's ja auch schon vorher, aber jetzt kommen sie jeden Sonntag, ja. Immer das Wort zum Sonntag, dann könnt ihr euch den Let's Talk anhören. Und dann gibt's noch natürlich Let's Show, gab's doch früher auch schon bei mir, aber nur sehr, sehr unregelmäßig. Und deswegen hab ich mir gedacht, komm, Donnerstag, die sind jetzt auch noch Let's, äh, äh, ja, Let's Show draus, ne. Ja, das war alles, was ich so sagen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen, höh, höh, höh. Ach ja, was ich auch noch sagen wollte, Infovideos kommen jeden Monatsanfang, abgesehen von dem hier, weil jetzt ist neues Equipment und Reboot und Restart von meinem Kanal, bla, bla, bla. Aber ansonsten kommt das immer jeden, ja, Monatsanfang. Ja, aber jetzt sind wir fertig, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Infovideo. Hau rein!